Ja, servus Leute, ich bin's ja wieder, euer JP und willkommen zu einem neuen Modern Warfare 2 Commentary. Heute mal ein Herrscherops Gameplay auf einer Schneemap, wo ich den Namen gerade nicht weiß, weil das Gameplay ist nicht von mir, sondern vom lieben Wappity. Ich hab auf Facebook hier oben gefragt, ob mich jemand schnell ein Game verrat hat und hat mir das zur Verfügung gestellt. Ein Dankeschön nochmal an dich und ja, seinen Kanal findet ihr auch in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, er bringt glaube ich only MV2 Videos, also wenn ihr darauf steht, dann klickt auf so einen Kanal und schreibt mal vorbei. Ja, weil ich hab meinen Rechner heute aufgesetzt, nur so für die Leute, die es interessiert, deswegen hab ich noch keine Games installiert und konnte so noch nichts aufnehmen. Ja, was ist heute mein Thema? Ein kurzes Gameplay, deswegen möchte ich auch mal gleich hier zum Thema kommen. Und zwar, ich möchte einfach mal, dass ihr eure Ideenschmiede mal wieder anschmeißt. Ja, was heißt das jetzt, was bedeutet das für euch? Also, ich hab aber vor langer Zeit einen Upload-Kalender gestartet, der lief am Anfang auch ziemlich gut. Einige Sachen sind gut angekommen, einige weniger. Und ich muss auch sagen, irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden, weil ich konnte den einen oder anderen Termin nicht einhalten, aus ein paar bestimmten Gründen. Manchmal geht es real einfach vor, wenn es better passt, oder man einfach keine Zeit hat, dann findet man auch keine Zeit zum bearbeiten, die Videos zum hochladen. Und bevor ich da irgendeine Scheiße hochladen, lade ich lieber kein Video hoch. Ähm, deswegen werde ich ein paar Bestandteile daraus nehmen und werde die da feste Tage heransetzen. Das wird zum Beispiel Freitag und Sonntag sein, da wird Road to Commander kommen, ab jetzt regelmäßig. Ähm, und am Samstag wird der Sniper Samstag bleiben. So, das heißt, ich hab drei feste Tage. Ob ich den Moab Montag behalten werde, weiß ich noch nicht, weil den anderen Leuten gefällt es. Den anderen geht es auch und sagt, wenn ich da jedes Mal Moab Gameplay hochlade. Deswegen, erste Frage an euch, habt ihr da irgendwie Lust, dass ich das weiterführe? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare und sagt einfach, nö, kein Bock. Das heißt, ich hätte dann Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, eventuell noch Monday, also drei bis vier Tage, wo ich eventuell was anderes hochladen könnte. So, ich werde jetzt in zwei, drei Wochen mit Minecraft anfangen. Ich hab einen Vier-Mann-Server, den hab ich für ein Jahr gemietet. Und, ähm, ja, da werde ich ein Let's Play Minecraft machen mit zwei, drei anderen Leuten. Da müsst ihr euch aber nicht bewerben, weil ich schon, äh, zwei, drei Leute habe. Und da werde ich einfach mal ab und zu, wenn ich mal Bock hab, eine Episode hochladen, weil ich voll Bock auf Minecraft habe. Und, äh, wieso hab ich vorhin gesagt, Ideenschmiede anschmeißen und so. Ja, wenn ihr ein paar Ideen habt, was ich jetzt auf meinen Kanal noch bringen kann, was man nicht jeden Tag auf YouTube sieht, ne, dann können die mir gerne ein PN schreiben oder Kommentar und können ja zum Beispiel euch gerne mit einbauen, wenn wir zum Beispiel eine neue Serie starten wollen oder so. Bin ich für alles offen. Also, ich möchte gerne etwas Neues auf meinen Kanal bringen, was man nicht alltäglich auf YouTube sieht, vor allem im COD-Bereich, weil, ja, es gibt zu jedem Thema im Bereich COD 10.000 Videos und da wird es einfach schwierig, jemanden zu unterhalten, weil, wenn man schon zwei, drei Videos dazu gesehen hat, dann denkt man sich, warum noch ein viertes oder ein fünftes und so. Deswegen, ich möchte einfach ein wenig Abwechsel bringen, etwas Neues. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwie ein paar Ideen habt oder so, dann könnt ihr das gerne in der PN schreiben oder in die Kommentare. Ich bin für alles offen, wie gesagt. Und, ja, vielleicht werde ich ja demnächst die ein oder andere neue Serie starten. Man weiß es ja nicht, ne. Auf jeden Fall, Dankeschön nochmal, dich, Vapiti, für das schöne Gameplay. Ich würde auf jeden Fall freuen über eine positive Bewertung und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer JB.